So, weiter geht's. Rüstung beschädigt. Okay, okay, okay. Dann schauen wir mal. Kurz mal das Zeug reparieren. Reparieren. Wunderbar. Reparieren. Ja, in den alten Bogen können wir auch mal reparieren. Und die Spitzhacken können wir eigentlich auch mal reparieren. So. Habe ich jetzt irgendwas... Ah, ich bin aufgestiegen, ne? Genau. So, bevor ich jetzt irgendwelche Punkte vergebe, gucke ich aber ganz schnell mal. Was müssen wir denn hier noch als Aufgabe erfüllen? Äh, Lagerverbesserung. V. Eine, was? Eine Pharmazie-Werkbank. Okay. Und eine hochwertige Werkbank. Kann ich die schon craften? Beziehungsweise freischalten? Ähm. Die hochwertige Werkbank könnte ich herstellen. Also, die könnte ich machen. Ich mach die jetzt grad mal. Eine Metallspitzhacke. Die macht noch mehr. Holztor. Mhm. Das hört sich auch interessant und das will ich auch mal machen. Jetzt könnte ich die... Die Metallwerkzeuge... Könnte ich noch freischalten. Ja, diese mittelalterliche Pharmazie-Dings da, das kann ich ja später machen. Oh, ich hab noch fünf Punkte von dem. Oh, das hört sich gut an. Äh. Den Rest warte ich jetzt grad mal. Ich spare die Punkte wieder. Schauen wir doch mal. So, dann kann ich ja hier auch wieder Punkte vergeben. Werte erhöhen. Was mach ich da? Hm. Ich glaub, mein Angriff... Wobei. Mein Angriff muss ich nicht groß erhöhen. Es reicht eigentlich, wenn ich Pals hab, die für mich kämpfen. Ich erhöhe nochmal meine Ausdauer. Ausdauer ist einfach viel zu... Viel zu niedrig in dem Spiel. Was fehlt mir da? Metallbarren und Nägel. Aber das können wir doch schon herstellen. An dem Ofen bestimmt. Okay, da sind sieben Metallbaren drin. Die nehm ich grad mal raus. Aber Nägel können wir bestimmt an der Werkbank herstellen oder so, ne? Ja. Ausmitteilbaren. Ich würd grad mal... Guck mal. Es sind ja immer zwei. Dann brauch ich in dem Fall nur... So. Wir haben zu wenig Handwerker hier. Beziehungsweise sind sie permanent beschäftigt. Oh. Wir müssen das Lager größer kriegen. Guck ich gleich mal, was ich an der neuen Werkbank machen kann. Beziehungsweise... Warte mal, bevor ich da jetzt... Weiter... Mache... Wollts? Ja, bitte. Ja. Sie kommen hier rein und werfen mir einen Affen vor die Füße. Bitte. Das sollte eigentlich eine Waffe haben. Okay. Vielleicht holt er die nur im Kampf raus. Guck mal, das ist doppelt eingelagert. Das lagere ich grad mal schnell mal um. Gut. Da haben wir schon Metallbaren drin, ne? Gut. Dann hol ich noch mal schnell ein bisschen Metall. Wo haben wir den Erz? Irgendwo da unten nach unten ist, wäre ich jetzt siehst du. Oh, die schnell wäre ich jetzt. Dann können wir das nämlich schon wieder einschmelzen mit der Zeit. Und dann mache ich die Nägel weiter. Und dann dürfte ich eigentlich die Werkbank machen können. Und dann schauen wir mal, was wir an der Werkbank herstellen können. Ich hoffe, was ganz cool ist. So, reicht. Ich weiß nicht, für wie viel Barren das reicht, aber... Sehen wir gleich. Ich kann eigentlich ja wieder... Oh. Ich muss meine Palze übrigens heilen. Die sehen ja gar nicht mehr so gut aus. Die haben ordentlich gelitten im Kampf. Sie waren tapfer, aber sie haben gelitten. Wer hat es noch abgekriegt, er hier? So, zack. Sehr schön. Dann kann ich hier weitermachen. Beziehungsweise... Ich kann gerade mal gucken. B. A. Ja, mir fehlen immer noch Nägel und Metallbauen. Okay. Dann produzieren wir mal weiter. Dann ist es leider so. Ich mache hier wohl die Pantomime. Die Nägel dürften aber gleich reichen. Also wenn ich durch bin, sollten die Nägel eigentlich reichen. Dann sollte er eigentlich voll sein. Und eventuell können wir dann auch schon die anderen Blaupausen nutzen. Wir haben ja noch andere Blaupausen gefunden. Okay. Er hat sechs Dinger produziert. Das ist schon mal gut. Das könnte dann reichen, glaube ich. Okay. Okay. Jetzt reicht es. Sehr schön. Wo stellen wir die hin? Noch halten wir hier ein bisschen Platz. Aber dann wird es auch langsam eng hier. Ich würde es jetzt erstmal hier platzieren. Und später müssen wir uns da vielleicht doch irgendwie was überlegen. Werkstatttechnisch. Und die Werkbänke platzieren. Wenn noch mehr Werkbänke dazukommen. Und die werden dazukommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wunderbar. Was haben wir hier Schönes? Nix. Das ist ja... Das ist ja Weltklasse. Fasern fehlen. Okay. Da ist ja nichts dazugekommen. Wahrscheinlich kann ich später hier Sachen fertigen. Die wir dann freistalten können. Die kann ich dann nur an dieser Werkbank wahrscheinlich fertigen. Aber es ist gut zu wissen. Das heißt, die alte Werkbank kann man sogar abreißen. Weil... Die alte Werkbank kann man abreißen. Weil wir sie nicht mehr benötigen. Weil ich das selber an der neuen Werkbank machen kann. Das kann ich da reinschmeißen. So. Wie sieht es mit meinem Palz aus? Die sind immer noch am... Am hochheilen. Ich muss was essen. Ich muss auch mal was essen. Und ich brauche Fasern. Das kriege ich, wenn ich... Äh... Holz hacken, ne? Das ist mal so. Gehen wir mal schnell Holz hacken. Holz hacken im Dunkeln. Auch schön. Ich brauche neunmal Fasern. Mindestens. Dann haben wir schon sechs. So. Ich sehe... Rein gar nichts. Ähm... So. Schon besser. Schon besser. Arbeitet. Arbeitet. Jimmy ist auf große Akkundungstour gegangen. Jetzt kann ich mir den auch herstellen. Oh. Warte, Knopf. Und dann gucke ich mal, wo ich den gleich platzieren kann. Da ist sie ja schon wieder. Das böse guckende Anton. Ja, das glaube ich die... Ne, das ist ein anderes. Das wäre ein Reh. Ich dachte erst, das ist die Weiterentwicklung von dem Feuerfuchs. Das habe ich nämlich vorhin auch gesehen. Okay, den Beutel habe ich jetzt nicht. Hä? Wo ist der Beutel? Der muss doch irgendwo platziert sein, oder? Bin ich blind? Bestimmt. Der ist schon ausgerüstet. Ja, aber die Frage ist halt, wo, ne? Jetzt brauche ich da einen Metallbarren und diese... Bruchstücke für. Wir brauchen doch mal Metall. Und dann noch diese Bruchstücke. Ich hole erst mal die Bruchstücke. Kurz die ausrüsten. Schmeiß ich da noch da drauf, fertig. Und dann nochmal Metallbarren machen. Und dann kann ich mir schon die nächste Aufwertung für mein Pal organisieren. Dann kann ich den nämlich auch als Waffe nutzen. Umso mehr Pal sich als Waffe nutzen kann, desto besser ist es natürlich. So, Metall war da unten irgendwo. Ich hatte keine Ausdauer. Das ist schlecht. Ich habe auch das Gefühl, ich ertrinke gleich. Ah, ne, hier kann ich stehen. Okay. Das wäre jetzt blöd gewesen. Ich sehe halt nichts hier. Ich sehe halt nichts hier. So, ich nehme mir gleich ein bisschen mehr mit. Letztes Mal war ein bisschen wenig. Ich glaube, ich brauche immer zwei Erzverein Metallbarren. Oder noch mehr. Das könnte auch so. So. Nochmal. Ein bisschen aufs Gewicht gucken. Jetzt bin ich überladen. So, jetzt bist du um ein Kilo überladen. Und schon kannst du nicht mehr rennen. Naja. Irgendwann kriege ich das Zeug jetzt bis hochgeschleppt. Was ist hier schon wieder los? Wird hier wieder randaliert? Teilbaren. Gehen wir auf Max. Fertig. So, ich habe auch ganz viel Holz in der Tasche, ne? Das kann ich ja hier reinschmeißen. Dann habe ich auch noch zwei Steine. Die kann ich dann hier reinschmeißen. Genau. Schon mal wieder leere Taschen. Und dann hole ich mir jetzt meine Parts wieder. Die dürfte ich jetzt aber mal hier fertig geheilt haben. Also auf jeden Fall er hier. Er hier. Und. Ich glaube, ihn level ich auch einfach ein bisschen. Und wenn ich mich jetzt geschickt anstehe, dann kann ich ja mein Dingens hier hinschmeißen. Dann kann der hier arbeiten. Dann kann er was machen. So. Und da fehlen mir noch drei Metallbaren. Und dann kann ich mir das auch herstellen. Da fehlt mir auch noch ein bisschen was. Da fehlen mir noch diese Elektro-Drüsen. Die muss ich mir doch dann holen. Ich weiß aber zum Glück, wo ich die herbekomme. So. Reine Ausrüstungsfolge heute hier. So. Pingu hilft mit. Dann gucken wir gleich mal, was die. Was die Maschinenpistole hier kann. Auf meinem Kopf. Wenn ich das richtig verstanden habe, setze ich mir das Ding auf den Kopf. Und schieße dann. Von meinem Kopf aus. Ich bin gespannt. Ich sitze hier schon wieder komplett verdreht. Alles da. So. So. Gut. Okay. Und dann kann ich mir. Ja. Kann man tragen. Kann man gut als Hut tragen, finde ich. Kann man machen. Ich habe auch einen Hut. Und mein Hut kann schießen. Ich habe mich festgebackt. Schlecht. Jamila, du bist so groß geworden. Ich bin geschrumpft. Ich, äh. Jetzt. Irgendwie. Bin ich ja eingesumpft gerade. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Keine Ahnung. So. Dann wollen wir doch mal. Dann wollen wir mal wieder gucken. Ein bisschen erkunden gehen. Damit ich jetzt hier nicht nur die ganze Zeit rumkrebse. Äh. Ich sollte kurz noch mal mein Zeug reparieren. Und dann gehe ich mal ein bisschen auf die Suche wieder. Reparieren. Reparieren. So. Was können wir denn alles reparieren? Auf jeden Fall mal die Spitzhacke. Die sieht aus wie... ...halbtot. Die Axt auch. Okay. Pfeilemäßig habe ich jetzt nur normale dabei. Sollte aber auch reichen. Da kann ich aber die Bögen da lassen. Die anderen. Okay. Da hat Jamila das Geld reingeschmissen. Schmeiße ich immer die Bögen rein. Die Schlüssel nehme ich mit. Die Axt nehme ich mit. Die Bären nehme ich mit. Dann gehen wir mal gucken. So. Zuletzt war ich hier hinten. Dann können wir hier vorne mal gucken, oder? Können wir da mal ein bisschen schauen gehen? Äh. Diese Richtung. Gucken wir mal was da kommt. Ähm. Okay. Zum Glück ist der Fallschalt hier nicht so hoch. Ich muss hier noch meine vier Pals fangen. Die fehlen mir ja noch. So. Jetzt warte ich mal ganz kurz. Das hole ich mir grad mal. Das nehme ich mal mit. Jetzt schauen wir uns hier erstmal um. Was haben wir denn hier? Da haben wir so ein... So eine Pfeife wieder. Oh. Oh! Okay, wie komme ich da jetzt am besten hoch? Dann sieht es auf jeden Fall interessant aus. Die Frage ist, wie komme ich da hoch? Was ist das denn hier? Mosandalux, okay. Und dann haben wir auf jeden Fall noch einen Portpoint, den hole ich aber später. Ich will jetzt nicht wieder zurücklatschen müssen, deswegen. Was bist du für einer? Äh, das war ja hochintelligent, was ich gemacht habe. Aber der ist Level 2, da muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Der sieht ja süß aus. Den will ich auch. Äh, willst du bitte? Jetzt aber. Ja. Sehr schön. Kriege ich die auf? Ja, sehr gut. Ja, das Schwein kennen wir bereits. Das haben wir schon. So. Einer weniger Und wegwache